hallo leute herzlich willkommen zur achten folge der taverne hat sich ein bisschen hingezogen bis die nächste ausgabe von statten ging ein bisschen lustlos gewesen aber jetzt ist ja endlich nags ramas draußen gewesen die erste woche ist vorbei und um diese revue passieren zu lassen habe ich mir einen kompetenten gast dazu geholt den andreas aka xanti der dank man jetzt webcam sich mit dem bild von mr bigotras zufrieden geben muss andreas schön dass du da bist nimm den rückblick auf die erste woche wollen wir natürlich auch einen vorschau auf die nächste woche werfen was ist denn da so schön ist erwartet und was das metatechnische eventuell verändern könnte aber schauen wir erst mal was denn jetzt in dieser ersten woche passiert ich möchte da gerne auf die gewinner und die verlierer in sachen decks oder karten eingehen gleich mal xanti die erste frage was in deiner meinung nach die da wird die nax karten die am meisten eindruck geschehen haben in dieser ersten woche also ich glaube wer ein bisschen leider gespielt wird auf jeden fall erkennen dass das das eis sein muss das ist der ruby an egg das in so vielen decks mittlerweile aufgetaucht ist vor allem natürlich zu dann natürlich ein chamois priest spielt es auch komischerweise teilweise spielen auf jeden fall sehr viele naja ok das wort ja schon vor wochen festgestellt bei dieser karte als das erste mal announced wurde 0 2 nicht so berauschend aber dann der todsrecheneffekt rufen für vierer dabei ist natürlich enorm stark naja wie soll man sich dann am besten gegen diese karte wehren wenn sie aufs feld gepackt wird gute frage also silence ist natürlich wahrscheinlich relativ sinnvoll ansonsten ist es sehr schwierig also man muss natürlich sagen dass erstmal beim ausspielen natürlich nichts passiert das heißt das macht vor allem zu langsamer aber der effekt natürlich später umso stärker ist also silence wirkt normal am besten ok das ist eine der fünf karten sticht noch eine andere karte hervor der weblord findet oft habe ich verwendung mittlerweile vor allem in in miracle ansonsten wahrscheinlich eher nicht so also der rest wird kaum gespielt also maxner wird gar nicht gespielt oder zumindest extrem selten haunted creeper haunted creeper wird auch noch in token decks vor allem gespielt also ja ja das hat er den haunted creeper den sehe ich ja häufig in den grünen token decks gerade erst mal bei colente und stream vorbeischaut der hatte sagt diese karte gewinnt ihm wirklich teilweise spiele dank den tokens die dadurch aufs feld gebracht werden also meiner meinung nach must have für alle varianten von token decks oder was sagst du definitiv also vor allem auch bei schamane die mittlerweile auch mit platten last also mit mit kampfrausch oder so spielen token deck sehr gut ich meine es ist ein 12 42 mana beim tod kommen zwei eins einsätze dazu das ist quasi 34 42 mana das ist natürlich extrem stark ich habe im forum eine kleine diskussion gesehen kann man den haunted creeper mit dem erntegolem vergleichen der erntegolem ist ja drei mana 23 und rufen 2 1er aufs feld wenn du die wahl hättest welche der beiden karten wirst du uns deck packen ich glaube sie sind nicht wirklich vergleichbar weil was so token decks bisher gefehlt hat ist ein gut rob mit der tokens im endeffekt spawnen da gibt es eigentlich nichts und habe es golem ist stärker meiner meinung nach einfach wegen den drei hp schon aber er ist es durchaus vergleichbar okay und dann bleiben natürlich noch die beiden klassenkarten die damit eingeführt worden posten zieht firm vom duinen und dann war ein wasser vom schurken glaubst du nicht dass diese beiden karten irgendwie verwendung finden könnten oder sind sie noch zu früh dran der ambush ist noch zu früh demnächst also am dienstag oder mittwoch lower tab dem nächsten flügel rauskommt dann wird wahrscheinlich miracle rock nicht mehr so stark sein und dann werden sich die schurken auf andere decks fokussieren müssen temposchurken zum beispiel also in meiner Meinung nach ist das eigentlich eine super karte für ein tempo rogue deck genau sehe ich genauso weil ich meine okay in der regel hast du nicht so viele kreaturen auf dem feld und wenn dann tut es auch nicht so weh beim schurken wenn normale kreatur wieder hochgezogen wort oder er wird vielleicht sogar wenn es vielleicht ein 7 agent ist oder also drag bei bei solchen karten da waren die noch mal nutzen kann dann kann man schön value draus ziehen richtig ich glaube dass diese karte definitiv verwendung finden wird in zukunft ja ein 5544 mana ist recht ordentlich ich meine das ist wie wie in der 5 mana karte im endeffekt also warum nicht okay und poison seeds wo ich sagen gleiches argument ist noch zu früh mit max ramas werden ja ein haufen todesröcheln karten noch eingeführt die eventuellen silence bedürfen und glaube ich dass poison seeds da ein guter counter zu sein kann für hindröden oder was meinst du also da unterscheidet sich meine meinung im moment von der allgemeinen meinung der gegen pro spieler die allgemeine stimmung zu poison seeds ist dass diese karte nicht gut ist ich meiner meinung nach bin da anderer meinung als ich spiele sie aktuellen in meinem drüden deck es ist ein midrange deck und ich finde da passt sie relativ gut rein also in einem reinen ramp drüden deck der nur große sachen hat ist es schwierig poison seeds zu spielen in einem midrange deck es ist durchaus möglich es bietet genau den letzten removal den man braucht im endeffekt okay interessant also würdest du die karte auch bei turnieren spielen oder dergleichen um eventuell die ganzen poison seeds hater anders zu stimmen oder was ich würde sie auf einem turnier spielen also der punkt ist im moment ist zu relativ populär und gegen ich muss anders anfangen ich spiel weil zu relativ populär ist ein kodo in meinem mit range deck und poison seeds synergiert sehr sehr gut mit kodo weil man spawnden zwei zweier oder mehrere zwei zweier und frisst halt eins davon es ist eine riesige tempo karte im effekt weil ein drüde kann im moment nichts gegen karten wie die sierra machen ich meine mit zwei mann ist ja da töten zwölf der match kann man sich nicht leisten das ständig als mit range und bisher ist eine normale karte wenn man im poison seed spielt und in kodo anschließend ist man damit durch das lohnt sich auch gegen weiß was ich sude gegen nicht so lex gegen handlock alles was irgendwie große viecher ist und das ist dafür ist es relativ gut aber es ist nicht leicht zu spielen und im gleichen hat gefällt die karte sehr gut und im gleichen atom zu kasten wahrscheinlich auch sternregen im deck war ich hab's probiert dafür ist mir zu langsam also ich spiele poison seeds in kombination mit kodo mit keeper of the growth weil es macht zwei damage auf irgendwas und mit zwei force of nature hat man auch auf zehn mann am bord im endeffekt selbst wenn drei vier auf dem bord sind kann das komplette bord eigentlich mit zehn mann immer abräumen zusätzlich natürlich noch mit talnos und zweit ist auch ein bord hier bei zehn mann also es gibt genug kombinationsmöglichkeiten für poison seeds in der mid-range deck okay dann stelle ich mir eigentlich nur eine frage noch zu den ersten sechs karten und zwar zu meixner du hast ja eigentlich schon gesagt meixner ist deiner ansicht nach zu schlecht warum ja würde ich auch so sagen also es wird in hunter-decks hin und wieder gespielt aber es ist halt einfach irgendwie fühlt sich nicht gut an in 28 für sechs manner fühlt sich nicht gut an ja aber der der effekt ist doch ist auch geil ist halt eine geboostete kobra ja genau aber aus dem gleichen grund ich meine man spielt auch keine kobra eigentlich in constructive decks weil es viel zu anfällig gegen bestimmte dinge ist also ja gut bei kobra ist es ja so dass die kobra nur drei api hat und deswegen auch schnell von leichtem remover vom feld gejagt wird aber meixner hatte nur acht api na ja ist ja richtig dennoch ist es ja seilens anfällig also ich weiß nicht ich habe sie selber noch nicht probiert ich sehe sie aber auch im moment kaum also es ist schwer zu sagen wenn ich sie spielen würde würde ich sie glaube ich in dem hunter deck spielen weil es ein biest ist okay wird ja auch in dem hunter deck gespielt es gibt der eins das derweil die runde macht dann mal bisschen bisschen übergang von den karten zu den decks in denen sie gespielt werden gibt es mittlerweile durch diese ersten sechs karten schon sowas wie gewinner oder von leere verlierer die durch die neuen karten irgendwie besser sind als andere oder gerade durch die neuen karten ein bisschen in den hintergrund gerückt sind also ich glaube einer der ganz großen gewinner ist wahrscheinlich schamane weil haunted creeper und sind sehr 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 gut in schamane andere leute würden jetzt sagen gewinner ist auch so ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher ob so wirklich so ein starker gewinner ist aber das wird sich zeigen ich glaube dass ich meine bei soo ist es einfach nur eine ergänzung es gibt so viele varianten beim so wie man ihn spielen kann und das hat einfach ist es hat ein anderer so einfach nur zusätzliche variante wohnen im deck genau also im moment wird vor allem der sum mit eier und word terror gespielt es ist natürlich schon stark also aber andererseits ist es auch wieder sehr man braucht die richtigen groß weil wenn man das sei später zieht mehr dann sieht man später das ist nicht so dass wirklich was man will ja das ist richtig okay du hast mal angesprochen genau dort den schamanen menschen schon jetzt ein paar mal getroffen die sind wir ziemlich auf dem senkel gegangen mit ihren eiern und haunted creeper und flametang totems etc pp und ich habe überlegt was soll ich denn gegen diese schamanen spielen was macht was kontert die ich denke so kontakt und schamanen sehr sehr gut so konnte der auch alles also ja mit range droid ist sehr stark gegen schamane aber es wird sich halt jetzt dann auch ändern nächste nächste woche genau und zwar taucht nächste woche lohrtab auf und neben den anderen karten wo wir uns noch nicht sicher sind welche das sein werden lohrtab fünf mana 55 und erhöht die kampfschrei kosten nicht die kaffee die zauberkosten für den gegner für die nächste runde warum ist diese warum wird diese karte rock zerstören und wird diese eine runde oder wird diese eine karte dafür sorgen dass rock oder das micro rock größtenteils verschwindet ich denke schon mal miracle rock zieht darauf ab eine runde den optioniert zu konzieren und anschließend das deck leer zu ziehen und das kann relativ gut verhindert werden ok also bedeutet das eigentlich im prinzip sobald lohrtab auf markt ist packe ich jedes decken lohrtab rein was ich so spiele bringt ich denke vorerst schon ja es ist natürlich was zu lohrtab sagen es ist eine reine metagame karte im endeffekt es ist genauso wie black knight oder harrison es hängt stark davon ab was aktuell gespielt wird glaubt dass das die hauptsache ist kann er aber mal vom schocken abgesehen was wird er noch kontern so ja wahrscheinlich nicht weil so hat nur zwei spielten seinem deck oder vielleicht mal ein mortal coil aber sonst gibt es ja auch decks die mehrere spiels verwendet die die zwar nicht so hundertprozentig auf dieses miracle absinnt wie jetzt in schocken aber doch auch mehrere spiels verwenden kann schamanen droiden haben ja haben ja einiges drin oder control warrior der hat ja auch relativ viele spiels in seinem deck kann er da auch den unterschied machen durchaus also es kann durchaus wenn man lohrtab vernünftig ansetzt kann es durchaus diese decks sehr stark beeinträchtigen es ist auf jeden fall auch ein definitiver hard counter zu freeze mage und zwar hundertprozentig das das schon auf jeden fall du kannst ja eigentlich du kannst ihn ja auf die hand behalten und wenn er wenn es aussieht dass der freeze mage die nächste runde töten möchte klatsch genau da ist er und das beste an lohrtab meiner Meinung nach ist nach seinem effekt noch dass es ein 5er drop ist und das ist halt ein schöner weiterer 5er drop für diesen slot ist der ja eigentlich nur vom azur drake und manchen film vom kodo besetzt wird richtig noch eine schöne ergänzung für viele decks nicht nur was den effekt angeht sondern auch die maler kosten da kann man sich also auf die nächste woche freuen miracle rogues werden verschwinden so loggs müssen noch auf ihre hard counter warten den ich eigentlich schon mit dem nirubauer weblord gesehen habe ich habe eigentlich gedacht dass dadurch dass diese karte eingeführt wird der zoolog ein bisschen zurückgedrängt wird aber das passiert ja noch nicht ich glaube die leute trauen sich einfach nicht zu spielen weil er zu schlechte werte hat ja ist schwierig vor allem er wird genau durch diesen zug 1 flame im gekontert und das ist ein problem kleines problem ja aber wenn er nicht kommt und man ihn spielen kann dann ist eigentlich und der zoolog dann noch keinen soulfire auf der hand hat ist eigentlich schon gegeben ich hab's getesteten decks mit dem weblord und wenn du ihn rauskriegst bevor der lockten 32 auf dem feld hat ist es gelaufen dann ist das game definitiv okay gut müssen wir abwarten was die nächste woche bringt was die woche gebracht hat haben wir ja bereits gesehen noch nicht die harten veränderungen meter die man sich erhofft hat waren aber auch erst sechs karten mit dem man erst noch ein bisschen experimentieren muss nächste woche kommen weitere dazu und sind noch und daher noch ein paar wochen nacks die uns erwarten genau gut das war der erste wochenrückblick nächste woche mich einen weiteren rückblick machen auf die zweite woche da wird man dann sehen ob der miracle rogue so hart getroffen wurde wie wir es vermuten ob er verschwunden sein wird zumindest teilweise und ob der schwarke sich andere decks aussuchen muss die er spielen will zum beispiel tempo rock mit dem anub a m basher man wird es sehen es klar das war es dann zur achten folge der taverne vielen dank andreas für deine kompetenten kommentare dieser dieser woche in dieser folge gerne dabei gewesen gut danke dass ihr eingestellt habt wir sehen uns das nächste mal wieder zum zweiten wochenrückblick hier in der taverne über nachs ramas auf wiedersehen bis dann